hallo liebe freunde der koreanischen boyband sensation bts wir haben uns heute hier eingefunden um bts the best mal auszupacken und zwar ist es die version b mit vier discs also gesamt zwei cds und zwei dvds hier hinten haben wir jetzt mal die kurze tracklist genau prinzipiell jetzt nichts unbekanntes drauf das einzig interessante ist es dynamite drauf ansonsten wäre da jetzt nichts was mir ins auge stecken würde was ansonsten neu wäre von bts die beiden dvds die setzen sich zusammen aus musikvideos und hauptsächlich making of musikvideos da ist auch nicht sonderlich viel neues dabei soweit ich das jetzt sehen kann die meisten filme beziehungsweise videos konnte man bereits auf vergangenen releases finden sei es jetzt single cd releases oder sei es album releases es ist halt einfach tatsächlich nur eine compilation und auch dynamite prinzipiell kein exklusiv track da war ja bereits auf dem album wie drauf auf dem album wie drauf ja preis seht ihr vielleicht weil es tatsächlich nicht wirklich günstig war sogar eigentlich arsch teuer zwingung wenn ich so sage gekauft habe ich das bei drogerie und so weit ich gesehen habe sind auch in diesen spezial varianten mit dvds keine fotocards drinnen das heißt viel spannendes glaube ich gibt es hier tatsächlich nicht zu entdecken hier haben wir den schuber hier noch mal die vorderseite disk 1 disk 2 disk 3 und disk 4 aber auch hier nichts spannendes hier haben wir noch keine ahnung ein inlay für die normale standard und prinzipiell hier haben wir halt noch lyrics und ein paar bilder bei die bilder prinzipiell aber ganz nett sind schöne fotos aber ehrlich gesagt das war es schon wieder also ich muss schon sagen ich hätte schön gefunden wenn sie da jetzt eine fotocard reinmachen aber satz mit x das war wohl nichts ja kurzes knappes review ich sage vielen dank fürs zuschauen und hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder bye bye Bye